wir sind mal wieder doch machen wir weiter da wo wir jetzt mal aufgehört haben ich bin gespannt ich hab wieder sieben punkte ja dann gucken wir mal gucken wir mal was macht er denn er wird die was soll das keine ahnung jetzt ist halt drin mein gott dieses zusätzlichen mob mit fünf wenn ich hatte ich bescheuert erhöht die geschwindigkeit gefällt von wischmops und schwimmen um zehn prozent dafür muss ich halt aber wieder so ein ding hier mit dem das wäre eigentlich auch nicht schlecht aber nicht zwingend notwendig was haben wir hier noch schon mal verschmutzen langsamer das kann man glaube ich noch machen so haben wir rein fertig sind sieben punkte weg so haben wir die punkte weg subidubi geh ins bett ja dexter ich bin zu hause wo bist du erst mal dem ja was ist denn da siehst du die geisterkatze vom letzten mal genau du sagst es so so ich geh schlafen gute nacht was soll man was soll man was soll man die Menschen nicht giate? Ahahahahaha. Nummer jetzt? Erre. Hanw... Nein, bitte. Bitte, bitte, ich versuche, ich werde nicht sagen. Zu viel Dreckung. Dann sehen wir die schon wieder. Hopp. Da. Das ist Jim. Was du an Mike's getan hast, war gut. Aber wir haben heute noch größere Fische zu frieren. Ich muss... ...eine Beine nachdenken. Sie schenken gegen mich an Mateus Pizza. Äh... Was kann ich sagen? Es wird Blut. So preparen Sie einen Körper, Skowalski. ...eine Beine nachdenken. Also, ich esse jetzt ihre letzte Pizza. Ja, aber ich muss euch vielleicht mal Big Jim bei den Kindern vorbeischicken, hm? Kann er dir mal erklären, was ich so mache. So, wir nehmen das an. Ist aber auf jeden Fall ein großes Gebiet. Opferanzahl 11. Junge. Ei, 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 ei. Ja, gut. Ja, gut. Muss aber machen. So ist es. Wir gehen. Das wird eine größere Nummer. Das sind ein paar Leichen. Oh, ja. Also, so viele hatten wir bisher noch nicht. Oh, ja. Du sagst es. Italienische Job. Das ist ein Massacre. Hier habe ich gedacht, dass ich endlich auf diese Arbeit habe. Ich konnte gar nicht mehr bemerken. Das macht mich herausfinden, dass es kein Blut von Big Jim ist. Zumindest nicht, wenn ich nicht voll mit Hohlen wie ein Cheese sein wollte. Nun, wo fangen wir an? Wir hatten eine schwierige Nacht. Also, wir erwarten uns mit 11 Bord. Okay. Entstanden. Oh, und noch eine Sache. Einige Hände, die wir uns aus der Schmerzen haben. Also, wir spüren die Hände mit einigen Blut. Das Bord auch. Natürlich. Alles klar. Wir arbeiten. Wir arbeiten. Es sieht aus, dass ich auf einer Kiehütte bin. Diese Türen werden sich nicht öffnen. Was ich nicht hören kann. Schließen. Okay. Und auch noch durchgelatscht. Mann, 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 Mann. So, und die nehmen wir gleich mal mit. Bevor wir die hier wieder übersehen. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier ein Telefon, was wir wecken. Hör uns! Big Jim weiß alles über die Begriffe und die Hände. Er weiß alles über die Begriffe. Ruh! Antworten zu diesem würde viele Leben schützen. Ein anderes Begriffe, dass mehr Menschen zu lesen müssen. Sehr schön. So. Mama Mia. Alter. Komm. Machen wir weiter. So. Das Leben ist hart. So. Gut. Nummer 2. Im Ofen hängt Nummer 3. Schön knusprig. Ah, haben wir einen Schlüssel gefunden. So. Kollege, du bist ja noch ganz warm. Komm mit. So. Drei Stück. Haben wir hier noch. Eine Pfanne. Wenn ich das nicht mehr weiße habe. Ich denke, ein paar Tomatoshau hat auf dieser Pfanne eingetreten. Ach. Sieh an. Der Chefkoch. Da haben wir die nächsten Schlüssel. So, was Sie schlafen? Sie schlafen? Sie schlafen. Sie schlafen? Sie schlafen? Sie schlafen? Sie schlafen? Wenn er sich auf. Dieseector sind einen Schlüsselok Berlin. Ausgressor bin ich die Orangieren. Er ist auch gesagt das ist Rockpooopi. Der Chef Shiva. Hier leicht hinten zajation wird. Dann sollten Siel auf euren Moment vor zert failure sein. Hallo. Hier wird sich nicht geweigert. Ich sag, du gehst da rein, dann gehst du da rein. Oh, hier. So, vier Stück haben wir da, aber Nummer fünf. Sie sind mit einer Allianz, ohne Mike. Ich glaube, sie haben ihre Lehre nicht gelernt. Ich dachte, dass Nomads aus dem Spahn-Inzidenz gesperrt werden würden. Aber ich glaube, sie versuchen immer, ihre Rehabilitation zu bekommen. Aber auf elf komme ich noch nicht ganz. Ah, besetzt. Okay. Vincent, ist das du? Komm, schön rein. Woll. So muss das. Da siehste. Hey. Komm. Komm. Komm mit. das muss auch weg die nehmen wir mit eine zange das wurde unangile an mir macht das nicht jetzt ist der jetzeit um zu denken sind wir endlich in dem zu reden okay er hat die 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 Warum mach ich alles ab? Er verdient wirklich ein kaltes Schulter für so einen Scheiß. Das bin schon Mafia-Boss, alles, alles Mafiosos, Family Bingo, okay, auch chillen, ja, kann machen, nun, mir fehlen noch zwei Stück, eine Dame liegt im Hof, so viel weiß, die sollte ich vielleicht verschwinden lassen, so viel weiß ich, ja, die sollte weg, so, was haben wir hier noch schönes, da vorne können wir nicht raus, komm ich hier, kann ich hier vielleicht rein, auch nicht, hm, da muss ich mich mal umgucken, irgendwo muss ich ja durchkommen, so, aber ich mache noch kurz eine kleine Pinkelpause, bin sofort zurück, ja, du darfst den Timer aktivieren, so, da klebt die ganze Schweinerei, aber irgendwie muss ich doch in den Hof kommen, ah, hier vielleicht, nun, wir gucken mal, wir gucken mal, was haben wir hier noch, hier haben wir auf jeden Fall mal einen Wasseranschluss, da haben wir noch einen Raum, oh, das ist halt echt riesig, ne, ja, hier, mit meiner, mit meiner Eisenfaust, ähm, oh, das nehmen wir alles mit, ne, ist gut, ich bin ein begnadeter Musiker, so, jetzt haben wir hier noch Schönes, das brauchen wir nicht unbedingt Wenn ich nach Hause kam, war alles bereits in den Räumen. Die Böse haben das ganze Staat demoliert. Und dann, dann konnte ich alles, was das kleine Pflanze zu retten. Ein nur kleine Pflanze. Das klingt wunderschön. Was ist denn das? Nichts. Hier liegt noch ein wenig Schmuddeln rum. Und da ist auch nichts drin. Okay, dann war das hier einfach nur so versteckt mäßig. Okay, okay. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Ich kann das von der Seite öffnen. Das ist wunderbar. Das heißt, ich kann die nette Dame hier mitnehmen. Die will nicht. Ich kann es verstehen. So. Aber eine Arschgeige fehlt noch, ne? Wo ist der? Eine Person fehlt noch. Das nehmen wir schon mal mit. Das nehmen wir schon mal mit. Das ist nichts. Einer fehlt. Oder auch nicht. Ja, nun. Da hat ja jemand was gesagt, ne? Ach, du Heilige. Jetzt ist hier Jumped Run auch noch, oder was? Wirst du mich verarschen? Ernsthaft? Wie, wie? Das ist ein perfektes Ort für schildere Axt. Und um zu kremen ihre neighbors. Tschüss Oma. So. Ist also so zufen. Guck mal was kann hierzu Geld machen? Ist ja auch wichtig. Wer ist das denn? Ist das die Enkelin? Hat die einen Freund? Ist die vergeben? So, machen wir wieder zu hier. Na da. Ja, nee, das will ich dann auch nicht mehr zugreifen. Ja, die nehmen wir auch noch mit. Ja gut, fangen wir mal an, ne? Irgendwann müssen wir ja mal anfangen. Kannst du jetzt nicht ewig vor mir her schieben. Ich hoffe, ich kriege es irgendwie damit beseitigt. Im Großen und Ganzen. Hm, aber es sieht schon schwierig aus. Was ist das? Ist das auch ein Fleck? Ich glaube nicht. Äh, das klebt aber alt. Also Rentnerblut klebt mehr als das von... von... von jüngeren Menschen, wie es aussieht. Ich würde sagen, mein Hochdruckreiniger ist wie alle. Dachte ich's mir doch. Äh, hat die Oma hier einen Wasseranschluss? Nö. Das ist halt echt kacke. Das heißt, ich muss jetzt jedes Mal mit dem Ding wieder hier hochlaufen. Naja. Gut, wir kommen hier später nochmal her. Äh. So Oma, da kommst du mal mit. Dir hat mir nur Ärger. Da oben glitzert es. Ob ich da auch hinkomme? Müssen wir mal gucken. Ich mach wieder alles, nur durch das, was ich machen soll, ne? Oh. Hat die eh nicht mehr gemerkt. So. Der sieht schon so ein bisschen aus, als wenn ich da hoch könnte. Wir müssen halt schon auch hinstellen, ne? Okay. Ich will da hoch. Warte mal. Irgendwie komm ich da hoch. Muss ich testen, es geht gar nicht anders. Ich hab da diesen dran. Halt. Nein. Ich schaff das. Willkommen zum Not-so-Untergrund-Konzert. Äh. Nö. Das war ja gar nicht mal so schlecht, ne? Das ist sowas. Was haben wir hier schönes? Es ist schön, Roboter zu sehen, dass es seine Sache noch alles macht. Ein Quietschehändchen. Und Ruh. Ich hätte hier gerne das Quietschehändchen. Ich würde die gerne alle mitnehmen. Gut, die Gitarre spielen kann ich besser. Äh. Ansonsten ist hier nix, ne? Da haben wir noch ein bisschen was. Ne, ansonsten ist ja nix. Ne, das ist ne Bon. Bon brauchen wir nicht. Angenuckelte, die wollen wir nicht. So, jetzt mach ich aber mal das, was ich machen soll. Mann, Mann, Mann. Lass mich so schnell ablenken. Ähm. Wir gehen, äh. Schon mal so ein bisschen Müllbäune hier durch. Vielleicht vor allem mal hier so. Hier liegt er doch vielleicht sehr viel rum. Jetzt hab ich Lust, die italienische Essen zufüllen. So. Junge, Junge, Junge. Das ist aber echt einiges, ne? Da finde ich elf Tauern sind schon ein bisschen mager. Dafür, dass der, der, der Big Jim hier so ein... Was der Dude ist, ne? Wer hier alle umlegt. Da kann er schon mal ein bisschen mehr springen lassen. Der hat bestimmt mehr Geld. Bin mir ziemlich sicher. Komm ich da. Ja, Kugeln haben wir echt viele hier, ne? Haben wir noch kaputtes Glas, einen kaputten Teller. Da, Pizza haben wir auch noch. Da geht noch ein Stück Teller rum. Oh Gott. Die ganzen Kugeln. Bis ich die gefunden hab, ne? Da kann ich nicht wegsaugen. Oh, ein Staubsauger. Oh, ein Staubsauger. Zeit für eine Bagswap. Blop. Blop. So, hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen, dort noch ein bisschen. Mein Gott, wie viele Kugeln hat er hier verballert? Zeit für eine Bagswap. Zeit für eine Bagswap. Und der gute Tag. Äh. So. Wir wechseln mal. Auf unser tolles Eimerchen, was ich wahrscheinlich über 30 mal umschmeißen werde. In der Zeit schmeiße ich schon mal den Müll raus. Ich stolper ja eh nur die ganze Zeit rüber. Okay. Okay. Hey. So. Dann. Wollen wir mal. Ich muss mich verarschen. Macht er Sinn kaputt? Ach. So. Das sollte passen. ist die tisch hier klein hacken ich brauche habe ich nix irgendwie zum zerhacken das licht ich glaube die axt habe ich nicht freigeschaltet dennoch ist das mühselig jetzt mach doch mach die kaputt endlich so hat die ganzen tischreste nur einsammelt gut pick up anything with the full bag ich muss die Traskanen erst so hier noch da noch da hinten war nix mehr hier noch ein bisschen was den hab ich nicht kaputt gemacht verdammt so ich find's aber auch cool gemacht dass wenn man größere Teile einsammelt der Müll schneller voll ist find ich cooles Feature so Karate Faust Karate Faust so was das sind immer noch nicht die Verarschen geh kaputt geh doch ich schlag halt wie so'n Waschlappen da drauf ey geh kaputt hier noch ein bisschen was was ich einsammeln kann ein vollgeschnallertes Taschentuch also so gut dann bringen wir die ganzen Müllbeutel wieder raus ich muss eine Ladefläche da hinten haben da liegen schon elf Leute drin und 20.000 Müllbeutel das Auto bräuchte ich privat da kriegst du alles drin verstaut das Auto von Mary Poppins so weg mit dem Scheiß so Scheiß da rein hoff ist so eine noch ja ne ja gut soweit so gut dann wollen wir mal und zwar wie fangen wir an ich stell mal den Kollegen hier hin ich kann ein initialisierende Prozess der Purification ja ja ich glaub an dich ich geb alles Rune cleanliness ist improving hat er gut funktioniert ich bin weit gekommen so so mhm 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 den brauchen wir auch noch dann können wir auch wieder öffnen work 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 und stellen wir mal dahin dann brauchen wir ein bisschen Reinigungsmittel mhm wir haben anderen geschmackt kannst du mal sehen du ja hat ja gut funktioniert weg stuhl weg ganz ruhig ganz ruhig ganz das legt mich am Arsch Wasser einmal du kannst mich mal ohne Witz wie kann man denn so ein dämlicher Wasserheimer sein ja das Ding schon dreimal durch die Gegend getreten und mir einen neuen gekauft jetzt auch keinem erzählen ey das Ding so vielleicht mal erstmal hier den Weg frei dass wenn ich hier immer Wasser hole ich nicht jedes Mal durchs Blut watschel ah die Wände noch ein bisschen bis hier kommen wir noch super mit dem mit dem Mob der Tisch ist auch sauber so schön vorsichtig dann haben wir hier drüber vorsicht mit dem ganzen Geschirr und den ganzen Flaschen und alle ja da geht nichts mehr so ist der Bahnstuhl so sieht gleich wieder aus wie neu hier alles okay jetzt der Eim auch ziemlich versift da ist nicht mehr viel zu ich glaube den kriege ich nicht mehr sauber das hätte mich jetzt auch gewundert gut dann wollen wir die mal vorsichtig wegbringen gluck 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 so ich schmeiß das dann mal rüber hier ist aber eigentlich relativ sauber den stecken wir nochmal ein ja relativ sauber die Wände noch ach so warte mal ähm dann nehmen wir den normalen jetzt mal der normale muss auch tun ich denke ich glaube der große Gym ist auf dem Menü nicht mehr die denken aber auch nicht nach ich könnte doch vorher mal Planer auslegen oder irgendwas also wenn ich jemanden umbringen würde ich würde doch vorher Planer auslegen ist doch viel leichter wegzumachen nicht dass ich das planen würde ne also ich muss ja aufpassen was man im Internet sagt ups aber wenn dann dann äh ja würde ich es vorbereiten mit Planer soo 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 der Ofen ist auch gleich wieder frisch ich muss das Ding einpacken das quasselt die ganze Zeit mopp 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 soo da der Teig ist auch wieder wie neu der Teller auch die Pilze auch alles wie neu kann man alles wieder verwenden das fällt auch bei der ganzen Tomatensoße auf der Pizza gar nicht mehr auf am Ende das kann man da ruhig drauflegen ich packe ich jetzt ein Kollege ich gehe es mal gerade voll auf den Zwern so unglaublich das Glas ist enttattet nach all dieser Aktion obendran oh er kommt auch dran geil so da haben wir noch irgendwas oder zählt der ich weiß es nicht jetzt sieht es relativ sauber aus aha Hundefutter dann könnt ihr mal sehen wenn ihr hier Pizza mit extra Fleischbeilage bestellt seht ihr was ihr kriegt gutes Hundefutter soo hier ist nix mehr oder so eine leckere Lasagne ne um Lieferdienst da sieht man ja auch nicht was drin ist so erst mit Leuten hier das Fleisch mag ich reden so muss das sein aber macht den sowas wer schmeißt den Pizza an die Wand oh das ja ist ja ekelhaft kommt sich vor wie bei McDonald's das Essen an der Wand klebt und so das schöne Bild hier wieder frei machen so einmal können wir noch dann muss der Eimer wieder gereinigt werden so gehen wir den noch fertig den guten machen wir sauber oder ja gut ich lasse die Pizza da kleben das ist jetzt nicht mein Job hier Pizza weist jetzt nicht unbedingt auf Mord hin würde ich behaupten so lassen wir hier drüben sauber machen Schmierwein lassen wir auch ah der ist eh voll einmal leer machen bitte einmal voll machen bitte wir brauchen wieder genau doch ist schon richtig nimm wach langsam Junge back to the roots with good old toilet cleaning so ist aber auch ein siffiges Klo das ist hier nix ja wie sieht's aus da haben wir noch Schmorder eine in die Ecke gepisst ein Ferkel wir haben die Toiletten da war nur eine besetzt ich hab's genau gesehen so Stuhle sauber sauber haben wir hier noch irgendwo nö ne so dann wollen wir mal muss ich die jetzt da alle oh Gott ich muss die da alle einräumen wie undankbar dafür sollte ich extra geld kriegen so den stellen wir mal da hin den stellen wir auch da hin den da hinten lauschen lassen wir so liegen ist gerade egal den machen wir auch da hin noch ein Stuhl hier noch noch ein Stühlchen und noch einer so gut das Ding schmeißen wir da unten rein den schieben wir da gerade hin der steht schon richtig der hier der kriegt auch einen Stuhl komm du bist doch und gib gib alles so haben wir genug Stühle also ich hab hier noch einen ah da hinten steht noch äh liegt noch einer so na siehste da klebt noch ein bisschen was ansonsten sieht das hier glaube ich ganz gut aus da haben wir noch ein Tablett ja das kommt auch dran so haben wir jetzt alles das ist mir egal wir gehen mal in den nächsten Raum hier ist ja noch genug Schweinerei an der Decke war nix ne ne da ist noch ein Fleckchen ich hab's genau gesehen der kann auch mitkommen was ist denn das da gucken wir gleich auch noch nach aha aha nicht mit mir spielen so langsam bitte ich die Verstecke hier ja hier wurde Piu Piu gemacht so ach Gott ach Gott ach Gott ach Gott so das geht doch alles kaputt kaputt das ist nie das ist nie passiert ein magischer Pfeil er fliegt so oh wir kippen wir kippen dann kippen wir über den da rein fertig Arschlecken so noch einmal da durch gut das geht alles zu Bruch das sehe ich jetzt schon ich kann vielleicht versuchen mit meinem mit meinem fröhlichen Schwamm ja macht glaube ich mehr Sinn dann zerdeppere ich hier nicht alles sonst mache ich hier wirklich gleich alles kaputt aber da oben ist halt schwierig da brauche ich halt den Hochdruckreiniger da oben komme ich halt nicht so nicht dran warte mal so vielleicht so so da haben wir noch so einen schmierigen Handabdruck Dankeschön langsam Stuhl langsam also ob ich wüsste wo das hinkommt da die ist kaputt da der der coole Affe kommt auch noch irgendwo hier da so war das soweit sauber gut das ist Trinkgeld das goldene Stück Pizza natürlich ganz wichtig lässt sie gut verkaufen äh ich kann ihn nicht zurück so muss ich erst wieder den Blutfleck da weg machen weil die Tür können wir auch gleich noch mitschrubben so was ist denn was ist denn ich verarschen ja es gab es gab es gab am Arsch ach so da ist noch weil jetzt ist dran ist kann ich dich bewegen das kann ich mich verarschen oder was kann ich auch einscheißen so kann ich auch einscheißen so ja bewegt dich so gut hier mobben wir noch einmal drüber den pack ich noch mal ein na dann gucken wir mal was da unten ist ne außer Pakete die ich runter geschmissen hab das ist wo sie das reale Dough machen sehr schön sehr schön das lässt sich sehen das können wir mitnehmen der ist uninteressant der ist uninteressant natürliche Auslese was soll man machen ähm so okay so oh ja das nehmen wir gerne mit als ob das nur 700 waren das war ein weit großes Meer oh so aha da ist nix da ist nix da ist nix da können wir auch nix anfangen ich würde den gerne aufmachen 8 verkackt 8 2 3 1 ähm 7 9 1 0 oh ich bin in keep your friends close and your enemies closer was die heilige Dosen Ananas oder wie sind wir verarschen der Luden jeder wie er mag ne ist ein handfähiger so kann ich hier noch irgendwas machen das ist noch wertvoll das haben wir mit 1 für die Pizza ist wichtig ja die gute Pizza weil da wird die die Dosen Ananas unten im Tresor aufgehoben ja so stell ich mir das vor mhm so wie sieht's hier aus da fehlt noch etwas was zurückkommt beziehungsweise das muss halt wieder dahin irgendwas ist noch runtergefallen was da rüberkommt ein Globus wo ist der hab hier ein Feuerlöscher wo ist der fucking Globus da jetzt nicht da unten was ist der scheiß Globus und da ist Schmodder an der Wand so die mache ich jetzt auch nochmal sauber dann mache ich den nochmal sauber okay dann nehme ich den mal mit so den schmeißen wir ins Auto und dann gehen wir nochmal zu der Oma hoch ähm er hat sie ins Auto nicht neben das Auto so dann gehen wir nochmal zu der Oma hoch dass wir das auch erledigt haben äh erlieb mich doch äh 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 so den stellen wir mal da hin wo ist denn das Haustier von der Zeugen müssen beseitigt werden so dann schmieren wir als allererstes mal den Schwamm hier zu bis zum geht nicht mehr bis der nicht mehr putzen kann genau danach nehmen wir den Mob und den Mob hier einmal durch so da geht auch nichts mehr und dann versuchen wir den Rest hier mit dem Hochdruckreiniger zu machen echt jetzt? oh ich muss die ganze Farbe auch noch weg machen oh Gott äh ja egal ob das jetzt zu Bruch geht oder nicht kleinen Schluck Wasser habe ich noch reicht es noch? ich glaube wir haben alles oder? also fleckentechnisch dürfen wir alles haben ich nehme mal mit die ist wertvoll Dankeschön mhm so und der Rest ist egal also ich glaube hier ist nichts mehr Omas Wohnung wie steht das ganz gut auf 95% irgendwas muss hier noch sein ah ich glaube ich weiß wo ja nun ähm so toll ja ich weiß dass ich aus der Reichweite bin was soll ich machen oder nicht mehr an das Ding dran so Omas Bude ist wieder sauber hier waren wir schon gut äh hier drin äh wischt das ganze Blut auf ist noch nicht ganz fertig der Globus ich weiß nicht wo der fucking Globus ist ähm der olle Kattung hier nervt noch kann ich hier noch Sachen wegschmeißen ähm kann ich die Tür wieder zu machen ja oh Gott so wieder irgendwas wertvolles drin nee ne aber wo ist denn hier noch Blut ach da auf dem Teppich ja Moment da macht sich der Schwamm am besten einmal mit dem Teppich gehen hier da ist nix mehr da haben wir noch ein bisschen was da haben wir noch was ach Gott überall so kleine Tröpfelchen ey was soll denn hier noch was sein denn hier ist kein Blut mehr hör auf Spiegel hier ist ja auch noch alles voll geschmiert stimmt ja den Raum gab es ja auch noch so 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 blitzblank wunderbar wo soll das sein ähm Müll loswerden noch ein bisschen Müll Möbel wieder an ihrem Platz 29 und 30 das ist dieses scheiß Globus und ich weiß nicht wo der ist war ja klar war ja klar so soo wo ist der Globus soo soo den Müll haben wir auch der muss hier doch irgendwo sein ey der müsste doch eigentlich hier sein das Ding ist es nicht oder ne das muss da sein und da fehlt dieser komische Globus und ich weiß nicht wo der liegt da unten liegt ein Feuerlöscher der ist es nicht na verkackt so wir haben noch einen Versuch komm ist der stecken geblieben ich bin mir nicht sicher aah blöder Kack Globus so gut den hätten wir auch aber ich brauche nochmal fällt mir gerade ein ich brauche doch nochmal äh Reinigungszeugs hier zumindest wenigstens einmal den sauber machen und den einmal sauber machen und dann gucken wir mal ob wir das äh damit hinkriegen weil wir haben hier draußen ja auch noch Dreck wo der weg muss oh hier sollte jetzt alles sauber sein ja nie ist klar okay, da haben wir doch noch ein bisschen mehr als gedacht weißt du was, komm hier neben den hier okay, ich bin fertig gut, hat doch lang genug gedauert, ne? aber ich bin durch gut ich würde sagen, ich habe auch glaube ich alle Geheimnisse gefunden ich versuche es, wir werden sehen Blut 100%, Müll müsste auch 100%, ja, Möbel auch Leichen A beweise 10 Stück Leichen haben wir 11 Stück ich habe Sachen übersehen, oder? wenn die rot sind, habe ich die übersehen, oder? oder wenn die ausgegraut sind, habe ich die übersehen, hä? ich weiß es ehrlich gesagt, ne? danke das hätten wir gefunden, und die Rätsel haben wir ordentlich voll sehr schön, dann bin ich zufrieden, soweit dann bin ich zufrieden, soweit So, wenn die rot sind, dass es ich meine Zeit ausgebaut und das handlers dass ich